hallo liebe leute heute sind wir wieder mal im powerwash es ist eine neue DC rausgekommen die heißt Alice im Wunderland und da wollten wir euch mal ein bisschen was zeigen genau und so wie es aussieht war unsere Alice ein ganz schöner Schmutzfink guck mal wie es hier aussieht wollen wir erst mal kurz durchlaufen ja genau wir gehen erst mal kurz durch oh das sieht ja gut aus das ist eine Eingangshalle Alice im Wunderland oh da hat man viel zu tun hier meine Güte und hinten ist noch ein Raum noch ein Raum ach du meine Güte da haben wir viel sauber zu machen okay wo willst du denn anfangen willst du hier hinten anfangen oh da muss man aber boah das ist ja Wahnsinn weiß ich gar nicht guck mal hier ist eine Katze willst du hier anfangen sauber zu machen dann gehe ich vorne an den Eingang ja genau oh warte mal die redet sogar hör mal jetzt ist sie weg ich muss mal ein bisschen und zeigen mal wie die neue DLC so aussieht gut dann fang du da hinten an ich mach mich hier oh manu 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 ich mach mich hier dran das ist aber viel Arbeit hier weiter brauche ich nicht erst mal gleich weg damit oh cool hier ist kommt ein Pilz zum Vorschein das ist ja cool was man den Dreck beseitigt hat das dauert ja Stunden hier erscheint ein Pilz ist ganz schön groß diese Eingangshalle aber das ist ja cool aus hier drin das ist bei dir oder war das bei mir? ja bei mir hat es glaube ich geklickt ich glaube das war der Pilz der Klick gemacht hat der Pilz? keine Ahnung weiß ich nicht oh jetzt hat es wieder Klick gemacht ja das hat aber ja 5% hier gerade mal das wir können auch zusammen da hinten anfangen ja würde ich auch sagen lass uns mal zusammen einen Raum erstmal fertig machen oder? da hab ich mir gerade die Eingangshalle kurz noch fertig schnell oh ja erscheint ein Bild guck mal das Bild habe ich sauber gerade da sieht man die Bilder richtig schön wenn die sauber sind vorher hat man die gar nicht gesehen mal kurz diesen Torboden dann komme ich zu dir ja genau würde ich sagen lass uns erstmal hier die eine Halle machen hier ja ich glaube das sind wieder fünf Stück ne? hm? fünf neue Lälllitz welchen Hocker mitbringen? welchen Hocker denn? zum Taubstellen achso weiß ich nicht brauchst du den? ich hab ihn doch in der Hand naja dann bring den mit aber die Hütte ist ja klein du musst dich ducken naja bringt da einen Hocker mit ich weiß nicht ob du den hier rein stellen kannst bis jetzt ist der rot kriegst du gar nicht hier rein ne? ne kannst du nicht mit rein nehmen naja gut dann muss man auch so dran kommen ohne Hocker jetzt werde ich nicht mehr los ha 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 echt jetzt? ja ich werde ihn nirgends früher abstellen oh mein Gott kannst du nur Eingangshölle benutzen so jetzt zack ja hängst am Stuhl fest das ist auch gut das hat was oh hier ist wieder ein schönes Bild oh wie schön sauber das ist gut ich fange mal hier mit an Alice im Wunderland der Pilz der ist ja schon groß was ist das denn? hier spukt es, hörst du das? hat gehört gleich kommen die Geister alle raus hier und bespringen dich oh die Stühle sind ja süß aus guck mal das sind so Mini Stühle guck mal das ist sogar bestimmt die Alice im Wunderlampe dabei Alice im Wunderlampe du meinst Aladin ja hier da guck so ja ja die Stühle sehen ja witzig aus ey schon cool aus so cool cool sieht das aus hier drin aber eine Leiter steht auch hier drin war die schon hier drin in dem Raum? ja die Leiter stand die da in dem Raum? die stand da schon achso ok ich glaube eine Leiter brauchst du gar nicht da kommst du so überall dran an der Decke und so 14 prozent naja schon mal was zu tun hier spritze ich auch mal nass vielleicht wird es so sauber wieder eine neue DLC das ist jetzt die dritte DLC ne? mhm haben schon viele drauf gewartet oh das Bild hängt da ein bisschen schief ne? das hätte man gerade hängen müssen mit dem Pilz der Stern genau gucken wir hier diese Bücken hier mit dem Scheu-Stick runterdrücken da kann man sich bücken da muss man ein bisschen lauter reden ja mit dem Scheu-Stick dann kann man sich bücken dann kann man sich bücken oh hier ist sogar hier ein Schloss Schloss da fehlt nur der Schlüssel hier boah das sind aber auch feinarbeiten hier die Häschen sind ja süß aus hier ne? die Häschen sind niedlich aus mhm was machst du gerade? nimmst du eine andere Düse ne? ne? ich habe mich verdrückt also spritzt du mich nass oder was gerade? nein ich habe jetzt gedacht hier oben müssen wir doch schon mal irgendwie ein bisschen hoch kommen hier oben auf dem Türbogen ja da kannst du dich leider da aufstellen ich habe mich jetzt hier oben draufgestellt ja hab ihr Licht ich stehe auf dem Tisch du stehst auf dem Tisch und ich bin im Mini-Format gerade hier nee ich spritze dich gerade oben das wenn wir die kleinen Babystühle hier machen die Winzlinge oh der Tisch ist aber schief hier Gott bist du ähm es wird gleich viel heller drin hier wenn hier ja die Dachfenster hier sauber sind das stimmt muss ich mal hier oben hier drauf gehen auf den Stühlen direkt oh hier ist ein Schlüssel liegt ein Schlüssel rum kann man den noch nicht nehmen ne den kann man nicht nehmen schade den kann man aufnehmen boah die Stühle sind echt schon krumm und schief hier drin der Tisch aber auch hier boah hier ist eine kleine Truhe eine Truhe na da kannst du ja da mit deinen Leuten Powerwash zocken mhm und ich gehe derzeit auf die Kirmes na ja der Pilz sieht hier schön aus wenn das alles sauber wird hat was ja wir zeigen aber jetzt nicht hier alles wie es dann sauber aussieht sieht wir sind ja jetzt erst bei 24% ne ne äh fast ein Viertel mhm die kleinen Türen hier süß und wie viele Modis gibt es hier in der DLC also so wie ich gelesen habe genau weiß ich jetzt nicht fünf Stück fünf Stück fünf neue ja hier oben drauf ist aber auch noch dreckig hier in der Rille meine Güte Perls mal hier gucken nochmal genauer hier über die Bilder nochmal in die Ecken rein richtig hier da muss man nämlich auch genau gucken hier wenn man denkt man hat es sauber dann sind die Ecken bestimmte Ecken trotzdem noch hier mal der Stuhl war noch nicht ganz sauber hier oben an der Decke Türbogen oh hier ist sogar ein Schild steht da drauf ja der Kessel mhm der sieht ja auch witzig aus hier ah hier sind Bücher im Regal sehr cool boah ey dass man den ganzen Schmutz beseitigt hat ey dauert dauert hat auf jeden Fall einen hohen Suchtfaktor ne ja die Suchtfaktor ja was ich halt immer schön finde das ist alles ein Multiplayer man kann sich unterhalten und alles ne ja man kann sich aber nicht über das Spiel unterhalten man muss Party Chat laufen dann ja aber das ist ja auch egal da können manche halt die Karriere kannst du jetzt nur zu zweit und ich habe jetzt gesehen das andere das kannst du jetzt nur mit vier Mann spielen aber das nur bei denen bei den anderen die gehen mit sechs du kannst nur vier Männer spielen keine Frauen nein vier Personen vier Personen ja und bei dem anderen sind aber sechs Personen ich weiß nicht warum das vier sind die bei der DC das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden wir haben das hier erweitert normalerweise auf sechs aber hier stand jetzt vier nur vielleicht weil es dann schon zu schnell geht mit sechs ja denke ich auch und hier liegen die ganzen Bücher rum das ist aber fein geht aber gut sauber muss ich nicht hier mit Spezialdüsen trenne achso ich nehme mal hier die gelbe die habe ich auch die gelbe ist ja hier die rote ist ja so mehr intensiver aber nicht so mit Feinarbeiten dann kann man dann die rote nehmen wenn da so Sachen noch fehlen wenn ich alles hat merkst du das wenn ich dich ins Gesicht spritze Schatz okay Lager dich nicht oje oje das klickt aber hier Kohle ohne Rote Ente boah das klickt ding 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 so mal diese kleinen Treppchen hier habe ich auch fertig welches kleine Treppchen ich will das hier mal die Leiter hier weg stellen hier komme ich an den Boden den richtig dran hier guck mal kannst du hier drauf stellen soo da haben wir doch schon in den Raum passt ich geh nochmal hier hinten rein ja ne hier hast du die Hälfte vergessen hä ja du kannst ja unten rum hier guck hier oben nochmal Eingangshalle hä achso aber die Tür ist schön geworden ne Klack 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 hier weiß ich nicht hat nicht geklackt noch ein bisschen verlängerung drinnen machen y drückt dann erscheint kurz die schmutzstellen die man noch vergessen hat erscheinen dann leuchtend gelb mit a kann man die düsen verlängern mit b die dinger dann wegziehen zack so jetzt haben wir 40 prozent das jetzt weiß nur die seine raum das war das ist dann im gang so ganz kurz hier gucken ja hier oben ist auch noch die decke aber das reicht auch erstmal hier oben die wir wollen ja hier nicht nee das sollen die leute selber ausprobieren auf jeden fall ist die neue die sie ist im wunderland raus seit ich habe es heute gesehen erst ich weiß es nicht vielleicht schon seit gestern oder so ich weiß direkt weiß es nicht ich habe es durch zufall heute gesehen über okulus gesehen weil ich auf das spiegel gegangen bin habe gesagt oh die ist ja raus vorher war ja pc version gewesen das team version ja da habe ich die jetzt nicht gesehen die muss wohl jetzt die tage rausgekommen sein ok das war es im wunderland probiert selber mal aus glaube ich gehe noch mal hier durch gehen noch mal zum ob eingang da muss ich mich wieder drucken komme ich hier nicht durch cool das sieht ja interessant aus hier naja auf jeden fall noch jede menge arbeit ja ja das auf jeden fall jede menge arbeit hier und ich weiß auch nicht warum da jemand einen tisch an die wand genagelt hat einen tisch an die wand genagelt das ist ja geil schön alles klar leute ich hoffe euch hat der kurze eindruck gefallen alles im wunderland die neue DLC von powerwash im simulator probiert sie mal aus macht spaß ok bis dann immer ciao 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 ciao